Heute gibt es das erste Mal ein Video aus meinem neuen Produktionsstudio und du hörst es vielleicht schon, ja, es heilt hier noch extrem drin. Das Studio ist noch lange nicht fertig und ich möchte jetzt eine kleine Serie starten, denn ich möchte in Zukunft hier mehrere Videos machen, wo ich dir zeige, wie ich dieses Studio aufbaue, ausbaue und so weiter. Und in dem heutigen Video starten wir mit einem Thema, was mich besonders beschäftigt, denn ich möchte einen multifunktionalen Tisch bauen. Dieser Tisch soll zum einen dazu dienen, wenn wir Videopodcasts drehen, wie jetzt hier im Hintergrund, da ist schon mal so ein kleines bisschen was aufgebaut, ist noch nicht fertig. Oder aber auch, wenn ich Top-Down-Shots mit einer Kamera machen möchte, Produktreviews und so weiter, dann soll das dazu auch dienen. Oder auch, wenn ich Produktfotografie mache, dann kann ich das hier einfach vor meinem Hintergrundsystem machen. Und damit das alles funktioniert, habe ich so ein paar Anforderungen an diesen Tisch. Zum einen, er muss beweglich sein, das heißt, er muss auf Rollen sein. Das zweite ist, ich brauche auf jeden Fall einen höhenverstellbaren Tisch, damit ich auch auf verschiedenen Ebenen arbeiten kann, auch mal im Stehen, mal im Sitzen und so weiter. Und Nummer drei, er muss auf jeden Fall auch außenrum einen Rack haben, wo man bestimmte Sachen dranhängen kann, wie zum Beispiel eine Kamera, Licht oder vielleicht auch Tontechnik. Und all das möchte ich jetzt zusammen mit dir in diesem Video bauen. Viel Spaß! Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, den Schreibtisch aufzubauen und ich mache eine kleine Zeitraffer draus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, den Schreibtisch auf an, den Schreibtisch auf an. So, jetzt habe ich hier erstmal grundsätzlich das Gerüst aufgebaut. Wir müssen jetzt hier gleich noch die Verkabelung und so weiter machen, aber erstmal ist der nächste Schritt, dass wir die Tischplatte an das Gerüst ranschrauben. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier einmal umgedreht, werde das Ganze jetzt hier mit dem Zollstock einmal genau ausrichten, dass es auch wirklich gerade ist. Und dann schraube ich das einmal mit den Schrauben hier fest, dann kann ich den Tisch umdrehen, dann können wir die Verkabelung machen und das gesamte Setup draufpacken. Denn heute Abend ist schon der erste Auftrag und da muss das ganze Ding schon stehen für einen Videopodcast. Jetzt haben wir den Schreibtisch soweit fertig gebaut und ich fahre ihn jetzt als erstes mal ein Stückchen weiter nach oben hier, denn das Ganze kann man sich natürlich so programmieren, wie man möchte. Ich habe jetzt hier schon mal zwei verschiedene Presets eingestellt, einmal auf 90 Zentimeter Höhe. Man muss dazu natürlich noch sagen, da sind jetzt noch die Räder drunter, das heißt ungefähr 95 Zentimeter Höhe. Das ist so die Höhe, die für mich passt, wenn ich dran stehen möchte. Und dann habe ich eine zweite Höhe auf 70 Zentimeter eingestellt oder einprogrammiert, die ich einstelle, wenn ich dran sitzen möchte. So und jetzt muss ich dann nicht wirklich auf einen Zentimeter genau mal einstellen, sondern kann jetzt hier wirklich einfach mit einem Tastendruck sagen, ich möchte stehen oder sitzen. Ich kann natürlich aber auch Zentimeter genau einstellen, wie ich das gerne hätte. Dieser ganze Tisch ist wie gesagt von Flexispot. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, die mir diesen Tisch zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr selber so einen Flexispot Tisch haben wollt, dann habe ich natürlich auch noch eine Kleinigkeit für euch und zwar 5% Rabatt. Den Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung, direkt auch der erste Link. Da geht es zum Amazon Store von Flexispot. Dort könnt ihr genau diesen Tisch auch bekommen. Jetzt genug Werbung. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an aus diesem einfachen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist und den ich hin und her rollen kann, einen Tisch zu machen, der wirklich multifunktional ist, denn ich möchte viele Sachen mit diesem Tisch machen. Und ich habe mir jetzt einfach mal noch ein bisschen was dazu gekauft, wo ich denke, dass ich diesen Tisch damit wirklich perfekt ausstatten kann. Zum einen möchte ich mir hier außen herum einmal ein sogenanntes Rack bauen, wo ich dann verschiedene Sachen ranpacken kann. Wie zum Beispiel die Kamera, die dann von oben nach unten fotografiert. Oder da könnten auch Lichter zum Beispiel drankommen oder aber auch ein Mikrofon und so weiter und so fort. Also alles, was ich jetzt hier an dieses Rack, was ich hier gleich dran baue, befestigen kann, das bleibt halt wirklich an dem Tisch dran. Und ich muss nur den Tisch selber hin und her schieben und habe aber mein spezielles, immer aufgebautes Setup hier dran, was ich richtig, richtig cool finde. Ich habe mir für dieses Rack hier einmal was bei Amazon bestellt und zwar von der Firma Niva. Und die bieten das Ganze an auf 120 Zentimeter Breite. Und das Schöne ist jetzt hier, ich habe mir auch eine Tischplatte dazu bestellt, 120 Zentimeter Breite, 80 Zentimeter Tiefe. Ihr seht schon, 3 zu 2 Format, genau wie auch bei den Fotos. Das heißt, ich kann auch wirklich die komplette Größe des Tisches ausnutzen für meine Fotos später. So, ich würde jetzt sagen, wir bauen das Ganze jetzt hier einfach einmal dran. Und zwar werde ich jetzt hier mal anfangen, ein bisschen das Ganze weiter nach vorne hier zu fixieren. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Kamera hier oben dran zu bauen, die dann wieder nach unten zeigt. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Jetzt gucke ich, dass es ungefähr auf derselben Höhe hier ist. So, auch wieder dran geschraubt. Und hier könnte ich jetzt natürlich auch noch die Höhe ein bisschen bestimmen. Das heißt, wir können jetzt hier das Ganze auch noch ein bisschen höher stellen. Jetzt packen wir das Ganze hier oben einfach einmal drauf. Das ist jetzt hier erstmal so das Rack, wie ich es gerne hätte. Und hier kann ich jetzt verschiedene Sachen noch ran bauen. Zum einen, was wir jetzt hier noch machen können, ich habe einmal hier noch die Möglichkeit, kleine Schraubaufsätze drauf zu machen, wo ich jetzt zum Beispiel dann wieder Lichter dran packen kann. Da könnte ich auch einen Schirmneiger noch dran packen, wenn ich die Lichter neigen möchte. Oder so einfach, wenn ich nach vorne oder nach hinten ein bisschen noch Licht brauche. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe jetzt hier einen sehr, sehr großen Magic Arm. Ich brauche also für meine Kamera, die ich hier dran machen möchte, schon etwas sehr Stabiles. Und den könnte ich jetzt zum Beispiel hier einfach einmal dran schrauben. Und jetzt könnte ich hier meine Kamera entsprechend dran machen und direkt nach unten fotografieren. Machen wir auch gleich mal, aber ich zeige dir noch ein paar weitere Sachen, die man hier noch anbauen kann. Ich habe so einen Magic Arm hier auch nochmal einen kleinen. Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen Licht oder so dran machen möchtest, ein kleines Handylicht oder vielleicht auch einfach ein Handy selber. Denn ich habe auch zum Beispiel die Idee, wenn man jetzt für TikTok oder aber auch für Instagram Reels was produziert, das könnte man halt auch direkt einfach mit dem Handy aufnehmen. Und entsprechend könnte ich mir jetzt hier einfach eine kleine Handyhalterung noch ranbasteln. Und schon könnte ich das Ganze hier auch einfach auf dem Tisch direkt mit dem Handy produzieren im 9 zu 16 Format. Also auch das ist möglich. Das werde ich jetzt gleich alles noch ein bisschen genauer austesten. Aber wichtig war mir jetzt erstmal zu zeigen, wie wir so ein Setup hier aufbauen können. Und natürlich werde ich diesen Tisch auch noch immer weiterentwickeln. Das kommt jetzt einfach mit der Zeit. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen gucken, wie sich das Ganze entwickelt und was ich eigentlich alles an diesem Tisch genau benötige. Aber das Tolle an diesem Rack ist jetzt auch, ich habe jetzt hier die Kamera gleich dran. Die schraube ich hier dran. Und die werde ich zum Beispiel auch mit so einem Dummy-Akku ausstatten. Das bedeutet, da ist ein Akku drin, der direkt an der Stromversorgung dran ist. Und dadurch muss ich den Akku halt nie wechseln. Und auch hier könnte ich jetzt mit einem guten Kabelmanagement einfach das Kabel hier an dem Rack herunterführen und das Ganze dann direkt einfach einstöpseln an den Tisch. Da werde ich unter dem Tisch mir vielleicht auch noch eine kleine Steckdosenleiste ranbauen. Und dann muss ich nur noch die Steckdosenleiste in eine Steckdose stecken. Und schon habe ich alles hier mit Strom versorgt. Sowohl die Lichter als auch die Kamera und vieles mehr. Ihr seht, es gibt eine ganze Menge Ideen für diesen Tisch. Und die werde ich jetzt einfach in der nächsten Zeit umsetzen hier, wenn dieses Studio weitergebaut wird. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie es weitergeht. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Vielleicht eine kleine Anregung für dich, mal selber so einen Tisch zu bauen. Ich bin gespannt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch weitere Videos sehen wollt zum Thema Studioausbau. Wie gesagt, es ist hier noch super viel zu tun. Und ich bin echt gespannt darauf, wie das Ganze hier in ein paar Monaten aussehen wird. Bis dahin hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat. Geht gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch kommentieren und natürlich den Kanal abonnieren, falls du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Wie gesagt, danke nochmal an Flexi-Spot für diesen Tisch. Und checkt einfach mal unten den Link in der Videobeschreibung aus, falls ihr selber so einen Tisch haben wollt. Wie gesagt, 5% Rabatt gibt es noch oben drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.